in hamburg und genau ein versuchtskurs geht uns gerade los und an meinen ganzen anderen kurse rund um beziehung bindung dating findest du auf liebe.de bald kommt auch ein ganz neues kurssystem ja 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 kann ich schon mal sagen aber ist jetzt nicht so aus dem beziehungsbereich und genau heute haben wir eine frage kannst du uns auch stellen über ein formular auf liebe.de ich empfehle sowieso wenn er nämlich kontaktiert lieber dieses formular zu benutzen als meine e mail support.liebeschiff.de weil irgendwie funktioniert das besser sagen wir mal so ja eigentlich eine ganz coole frage die wir hier haben und zwar ja ich steig mal einfach direkt ein hallo christian du sagst es letztens es braucht so sieben bis acht monate bis sich in einer neuen beziehung tatsächlich zeigt dass einer der einer der partner bindungs und verlustsängstlich sei so war es bei mir leider auch zuletzt das ging ganz leise mini schleichend von einer grausigen toxischen beziehung konnte keine rede sein bin nun in 50er und rechne mal single sein dating phase und wieder zusammen und wir sind sieben monate da gibt es außer den red flags einen schnelleren beziehungsweise effektiveren weg beim dating eine bindungsangst zu erkennen auch wenn die mauern noch unten sind beim anderen ja also ich würde ja gerne mal so ein bisschen auf seiner meta ebene darauf eingehen weil also tatsächlich ich meine es gibt natürlich habe ich auch videos zu gemacht so gibt es ein video zehn zeichen dass du einen bindungsängstler das können kann ich ja noch mal einblenden kann man sich natürlich angucken wäre es auch mal interessant gewesen diesen dating prozess noch beschrieben zu bekommen ich könnte mir schon vorstellen dass es da jetzt was gab was vielleicht problematisch war aber letzten endes ist es natürlich so das sage ich auch immer du musst um jemanden wirklich kennen zu lernen vor allen link werden da jetzt am anfang gehen wir mal davon aus gab jetzt keine großen red flags ja da musst du ihn daten und sonst kannst du ihn halt nicht nicht kennenlernen so ne also es gibt jetzt diese absoluten tipps wo du ganz sicher weiß dass es jetzt so und so klar also wenn es gibt diese mega red flags aber wenn jetzt wenn das nicht so ist musst du einen menschen daten das ist einfach so dass muss ich mal sagen es gibt ja auch so eine beziehungs chemie und die da wird halt geguckt von zwei menschen haut das jetzt länger hin oder nicht mal ganz abgesehen davon dass jetzt die nachwachsenden generationen weil muss man jetzt mal gucken wie sich das entwickelt aber offensichtlich viel weniger beziehung haben sowieso aber gut gehen wir mal von so einem beziehungsmodell aus von so monogamen da ist es ist einfach so dass wenn die beziehung erstmal laufen dann halten die so im schnitt vier jahre so mit einer riesen spannbreite offensichtlich aber tatsächlich gibt es erstmal so eine erste hürde zu überwinden und also letzten endes wenn man alle beziehungen jetzt wirklich zusammennimmt scheitern die meisten beziehungen im ersten jahr so ne gibt dann noch ein zweites video dazu ist kann ich ja auch nochmal einblenden die 100 und die 200 tage grenze in beziehungen könnt ihr bei mir finden also es gibt mal einen so einen punkt nach drei monaten wo wo man vielleicht schon gemerkt hat boah der partner hat weiß ich nicht vielleicht irgendwelche hobbys oder ich weiß nicht was oder eigenarten mit dem man nicht klarkommt aber diese bindungssachen zeigen sich häufig nach sechs bis sieben monaten warum weil sie erste verliebte hat dann weg ist sie so alles nieder bügelt und sich das zeigt was da drunter liegt so ne und das ist halt wie es ist ne und dass wenn ihr so ein bindungsängstler datet dann ja kann das sechs sieben monate gut gehen weil er verliebt ist und dann ist er nicht mehr so verliebt und dann rauschen die ganzen zweifel wieder rein und dann kommt man in die kritikphase und dann ist halt auch schnell vorbei so ne aber ich würde gerne mal anders darauf antworten weil ich glaube schon also wir kriegen ja keinen partner zugewiesen sondern suchen den uns aus so und man kann schon überlegen wen suche ich denn eigentlich aus und das ist diese ganze sache was ich jetzt ja das grundkonzept von meinen ganzen kursen ist diese umprogrammierung des liebeschips also hast du ein liebeschip der auf bindungsängstler geht weil es zeigt sich immer wieder dass verlust gerade verlustängstler wirklich zielsicher immer wieder bindungsängstler aussuchen warum und wieso habe ich aus vielen weder schon thematisiert oder auch in meinen kursen also so ist es einfach ne und man sollte mal davon weggehen dass das alles pech ist weil das ist es nicht es ist nicht pech es ist wirklich dein liebeschip der aussucht und dazu kommt natürlich noch dass je älter wir werden in der population die wir dann delten sind rein statist als statistischer effekt immer mehr bindungsängstler also locker 50 prozent und mehr aber vielleicht mal selber ja auch bindungsängstlich so passiv und dazu weiß es noch gar nicht so richtig das kann auch ein grund sagen warum immer wieder bindungsängster deltet dass man eigentlich selber bindungsängstlich ist da gibt es x beispiele habe ich schon x videos zu gemacht dass sich das plötzlich umdreht wenn der andere sagt hier bin ich bin gar nicht bindungsängstlich kannst mich jetzt haben dass dann plötzlich der vermeintlich verlustängstliche menschen auch nee also das ist jetzt aber doch ein bisschen schnell hier ne also das war also das nee also so hatte ich mir das jetzt nicht gedacht also insofern ja programmier weiter an deinem liebeschip würde ich sagen und man sollte wirklich diese diese wirklich mal zu gucken wie kriege ich diese vibes in griff dass ich vielleicht ein bisschen zu nidi bin das kann ja auch ein aspekt spielen wie kriege ich vielleicht meine eigene vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommene bindungsangst komme ich der mal auf die schliche wie wähle ich partner aus wo wähle ich partner aus sicherlich sind auf tinder und co noch mal viel mehr bindungsängstler und weil also das ist wirklich meine botschaft das könnt ihr jetzt spirituell nennen oder psychologisch oder wie auch immer ist mir auch egal es ist kein zufall an wen du gerät zumindest nicht in dieser wirklich liberalen dating gesellschaft in der wir sind da sucht keiner völlig aus es ist wirklich ja und es ist nicht einfach nur pech das kann ich euch sagen so weil ich würde mal sagen jeder so frei nach beets sozusagen mit dem arschengel jeder neue partner ist von arschengel für dich der dir immer wieder zeigt wo deine themen sind so ne und ja und das kriegt man so lange präsentiert bis das thema aufgelöst ist aber diese ganze idee man könnte so einen endzustand erreichen wo es keine probleme mehr gibt es können wir glaube ich mit unserem menschland sowieso vergessen deswegen kein stress mitmachen sondern das ganze annehmen und sagen okay war jetzt wieder so und ja aber also das ist die eine antwort die andere antwort ist doch noch mal weiß nicht ob du meine kurse mal gemacht dass wirklich noch mal in diese red flags listen reingucken weil ich sehe an vielen e mails die ich kriege sehe ich dass die leute doch nicht konsequent das anwenden was ich sage das weiß ich natürlich jetzt hier nicht und sich dann wundern dass sie doch wieder die gleichen ergebnisse kriegen werden sie einfach ganz klar sachen machen wo ich sage sollte man nicht machen das ist also wenn ihr mit meinem material arbeitet macht es wirklich sinn das möglichst original getreu umzusetzen sonst muss man sich auch nicht wundern wenn es nicht die ergebnisse bringt in diesem sinne sehen wir uns bald wieder